Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Bei Feinkost-Gem unterhalb des Mainzer Doms finden Sie alles, was das Herz begehrt rund um das Thema Feinkost. Von speziell veredeltem Kaffee über feinste Schokolade sowie Gebäck und Marmeladen bis hin zu ausgewählten Weinen und edlen Bränden wie beispielsweise Rum oder Whisky. Hier kommt jeder Genießer auf seine Kosten. Besonders beliebt sind auch die individuell angefertigten Geschenke. Begeben Sie sich auf eine kleine Reise durch die Welt der kulinarischen Köstlichkeiten und lassen Sie sich von den einmaligen Spezialitäten überzeugen. Was gerade nicht vorrätig ist, kann nach Verfügbarkeit übrigens auch kurzfristig besorgt werden. Stammkunden schätzen besonders das leidenschaftliche Engagement sowie das kreative Sortiment. Für viele Touristen ist es schon selbstverständlich, im Laden ein Mitbringsel zu erwerben. Feinkost-Gem – vielfältige Feinschmeckerleckereien für jedermann seit 1856.